hallo alle zusammen willkommen bei mir jay gatsby und wir sind im spiel grounded klar habt ihr natürlich vorher schon gelesen und wir haben mit dabei den marcel hallo marcel wo steckt er jetzt eigentlich gerade im moment ist eigentlich egal okay was haben wir vor wie wir wollen uns den weg nach dahinten leichter machen das heißt wenn wir nicht an grill dran vorbei wollen dann machen wir das halt einfach nicht das heißt da hinten kommt noch eine seilrutsche hin und den weg hier den machen wir auch noch mal neu und damit das auch gut funktioniert nämlich diese seilrutsche und verbinde mich nach dahinten das bedeutet aber ich brauche stängel und wir bauen was anderes ab so mein gleiter habe ich ausgerüstet und zwar die hier das dauert uns ein bisschen zu lange mal gucken ob das funktioniert so schnell gucken wie viele stänge bräuchten ton brauche ich auch muss ich auch noch holen sechs jahren und sich sowieso runter ok ja um stänge kümmere ich mich schon ja ok problem ne doch nicht nein 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 ach quatsch ich bin in der falschen etage da unten die die will ich nämlich auch noch abbauen so noch man wir haben hier so viele seilrutschen inzwischen dass man da schon ein bisschen durcheinander kommt wo man sich gerade aufhält nein 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 hätte ich auch gerne einen separaten bahnhof aber gut willst du keinen direkten bahnhof hier haben wieso unser bahnhof ist doch hier ist doch ganz größeren ja es entwickelt sich doch halt ich muss hier unten hoch unser spitzen aufzug okay was war denn das jetzt ist keine ahnung keine ahnung ich bin hier nett am gleiter runtergeglitten und tot was soll das denn hallo habe ich mich an erkannte gestoßen übrigens noch 18 17 schaffst du das überhaupt ja ich lauf doch schon 15 oh man kann doch nicht wahr sein wird ja 8 wird nichts alles klar schade okay tot umgefallen alles klar okay schade eigentlich warum habe ich jetzt hier ein loch ich mache es meine base kaputt ich habe hier ein loch naja kümmere ich mich später darum egal ja und eine schicke beleuchtung hier voll porno ist klar ist klar ganz kaputt gemacht unglaublich immer sagte ich habe was kaputt gemacht aber stimmt das gar nicht umsonst ist nicht noch nicht entstanden ich habe es nicht gemacht ich weiß es nicht wer es war aber ich nicht und vorhin war es nicht da also das loch ja und ich war die ganze jungen was sagst du in den fehler also ich war es nicht nach der unten ist ja auch noch halten wir brauchen eh noch stengel und tonbräu auch hätte ich auch gleich holen können das fängt ja super an hier ich habe nur noch ein stengel man verdammt also unser aufzug funktioniert zwar aber irgendwie semi professionell manches mal so einfach nicht schrift das ist irgendwie so eine panikreaktion ich weiß auch nicht also mit dem stengel hat sich gerade erledigt klasse habe ich denn auch überhaupt dabei so eigentlich wenn das geht wieso 58 also ja klar schon gut schon gut läuft wieder richtig gut er als 3 nicht dafür sein alles wird gut klein wenn ich unbedingt was will weiß und dann klappt es nicht so wie es haben will ja ja wohl klappt doch okay tun und ich gucke lieber noch mal nach und kreuz stänge es fehlt hier auch das geländer hier auch alter ja ich verfrüge dich was ist hier los ja das guck dir mal an das musst du dir mal gucken heimer jetzt das musst du dir unbedingt mal das passt so ja du machst auch noch raport so noch vier oder passt perfekt und jetzt noch sechs stänge die ich momentan nicht tragen kann das ist blöd hast du zu den ständigen stänge gerade dabei also also außer dem sache ja der ist zu klein der ist definitiv zu klein wir haben hier auch keine mehr rumstehen verdammt sowohl hast du sie loch hier guckst du an hier fehlt jetzt bei mir jetzt aus hier mein hier da guck ich kann durchlaufen guck ist ein zaun hier ist der boden hallo jetzt auch das hier und hier war normalerweise auch zauern das war zu ja ist immer noch nein bei mir nicht hier dann durchlaufen siehst du nö du brennst bei mir gehen das mag sein das ist aus als wäre ich jesus bei dir ja und da oben guck ist ein loch ne ist wieder bei dir irgendwo was verpackt gut ja ich glaube auch ja aber bei mir ist es so bei mir ist es aber so stimme zu naja ich bin gleich welche du bist jetzt auch theoretisch schon zur base zu halten und dann da kommen gleich haufenweise stengel an und was soll ich dann dort mit den stengeln um porten aufs dach bringen von dort aus rüber schicken zu neun wo willst du gerade hin zu den stengeln um sie rüber zu schicken ach so da da bist du alles klar ok super kann die seite nutzen was ich war gerade auch schon wieder tot nein aber xbox netzwerk geil nice funktioniert wieder richtig richtig gut also gar nicht nicht wirklich gut oder am besten gleich vom dach zwei stengel darunter das machen wir doch glatt komm schon ab hier habe ich auch mal ein bisschen umgestellt vorhin das hätte ich auch noch umstellen sollen naja gut mach 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 ich auch noch fix ein baum damit andere wie es moment wir haben ja gar keine stänge mehr hier ja gleich schon ja gleich aber nicht jetzt das sind schon doch ja nee ich habe nicht gedacht hier sind auch welche dann hätte ich die schon mal angefangen rüber zu schicken haben wir schon alles verbraucht so schicke er ein bisschen mehr als zwei lager was macht denn jetzt gucken ob ich die schnell auffangen kann ich warte spielfluss okay ich hätte sie auffangen können wahrscheinlich oder hinten liegen sie ja alles gut alles okay so okay die schicken wir auch mal fix rüber damit ich dann da oben das weiterbauen kann wenn es echt lästig dass wir die ganze zeit dahin laufen müssen und das was wir machen wollen eine ganze weile dauert ja müsste richtig sein hier ja genau passt so wow das holst du auf alter herauf herauf bevor es das wasser fällt wenn er noch mehr rüber ist dann vielleicht reinfallen doch 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 ich mach das hier schon sind seit wochen zwei lager ist das ist das ist ein witz ich schicke hier fünf ich will jetzt rüber schicken ich werde weitermachen lasst mich so ich will doch da hinten die vorankommen jungen macht doch ein paar mehr hölzer nein die will ich da hinten dann einfach umhauen das reicht nein doch war die gar hatten wir vorhin alles besprochen wie wir das machen ja aber dann machst du auch richtig mit mehreren dingern nervtötend nervtötend echt jetzt man mann mann hast du jetzt überhaupt mindestens 12 bei dir ich habe momentan zehn aber ich glaube dass sie eine zwei fertig machen du hast irgendwie noch nicht verstanden doch du willst das für die dinger machen für die seilrutschen ja korrekt so du hast aber zwei seilrutschen a6 stänge also brauchst du b ich mache jetzt die eine fertig die ich eben gerade gezeigt habe und dann rutsche ich darüber der herr so 1 dinge brauchen wir noch also ich hier ja jetzt mal ein strenger mitgebracht war wenn der junge die sieht was ich was ich hier mache bzw wie auch immer er versteht es nicht er versteht es nicht ich verstehe alles jetzt aber na ok so ist immer noch weg immer ich denke auch ich denke auch wo war da waren doch nur drei ok gut gut so fix die stängel holen hier schön es geht die tür wieder nicht auf das war ein ding kann ich dir nicht sagen momentan aber ich gucke mal nach 5 5 5 5 5 5 6 auf dem bildschirm nicht sagt dass er rot ist nö 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 ist alles schön ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen ok 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 so ein bisschen tricky ist das ganze hier trotzdem wow wow uff ok ui na gut endlich endlich geschafft nein andere richtung dahin so achtmal mehr nicht cool ok dann machen wir das und alles rüber in der hoffnung dass es klappt und nicht runterfällt oder ähnliches schön schnell ist die hier auch zum glück ist da ein stein was ist gesehen der stein hat aufgehalten wunderbar hervorragend so jetzt muss ich allerdings ziemlich weit laufen naja selbst schuld ist halt so so sieht das aus ja trinken muss ich auch bald aber jetzt noch nicht aber ich glaube dass viele laufen das wird langweilig ich werde hier glaube ich ein ich glaube ich werde das für euch verkürzen ja so mache ich das also bis gleich so perfekt ich bin hinten angekommen Marcel kontrolliert noch ob die strecke ok ist hier also jetzt von oben aus damit wir hier auch super hinkommen das sollte eigentlich funktionieren also ich finde wir sind hier schon perfekt und was hast du ja gut oder heute gehen alles klar wo wir noch mal schauen ja und dann war ich mir zurück ja weil ich würde gerne im hellen spinnen kloppen dann kann ich besser gucken ganz genau so zwei unkraut stinger bräuhe noch mal gut hättest du das andere noch heile gelassen hätte ich hier zwei schicken können hätte 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 ich brauche jetzt stengels und stengels nicht stengel stengel zu hier ein strengel zwei stengel stengel zu und da vorne hole ich mir noch was zu trinken sofern es klappt natürlich meine ich den käfer naja wo hier ob lust du so was sehen wir denn heute an das weiß ich nicht ich glaube ich nehme mal die marienkäfer was schon wieder ja Marcel die dame wird wahrscheinlich jetzt erst mal das weiß ich nicht am kleid anziehen will ich den anblick will ich nicht haben nein 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 das ist noch nicht hoch genug richtig aber ich habe 48 seiten sei das sehr cool ja ja also mit kamen kleid und heute stehe ich am bett und wart auf könntest du jetzt bitte mal hoch gehen wo ich das seil angeschlossen habe das sieht man zu niedrig aus das sieht irgendwie ein bisschen niedrig aus das kann es nicht sein das kann es nicht sein das glaube ich so nicht das heißt mit anderen wo du sagst mir fix ich habe es wieder weg gemacht du kannst hier oben gar nichts an machen wieso anders hier oben kannst du nichts dran machen dass wir es erst noch bauen wollen ja ich dachte du hast du sind derzeit fertig gemacht wollte mir hat was gefehlt was denn irgendjemanden mir die ganzen seiten seite geklaut hat kann nicht sein kann nicht sein na gut dann bricht noch mal kurz ab ich will ihnen richtig wehtun los mecker opa machen ja content stretching hier unfassbar der typ man soll ja alles klaut was über die wenig brauche brauche ich es echt brauchst du schlacht am hals kriegst gleich einen nacken vielleicht gibt es einen nacken haben wir ein mit schnell rufen mary to beinahe gefressen also noch drei teile so ist laufig laufig lauf naja kommt schon da also da wohne ich mir noch ein bisschen was müssen wir nämlich auch gleich noch proberutschen machen so ist fertig na endlich 37 wochen war wenn ich das ist richtig habe wäre möglich ab und zwar hingesetzt müsstest du eigentlich sehen warte 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 ja sehe ich alles klar ist ja 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 37 alles klar kommen her das sieht so flach aus dass du jetzt keine frau bist also ich hätte jetzt ja du bist auch flach brauchen wir da dann auch noch stehen gleich drei stück mit also zurzeit eigentlich nicht zurzeit nicht aber aber wir wollten ja noch die zweite rutsche verbinden also dann wenn du mir jetzt sagst dass ich jetzt die schlänge schicken soll dann hau ich nein 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 ich verhau dich in dem und wo die ankommen also ich schicke ich das ja diesmal zurück aber mit der leine am hals öklau kommen ja für viel kommt los ja die geschwindigkeit ist echt nicht schlecht was ich so sehe das gucken wir uns doch mal von der seite an also nicht vorher abspringen bitte wir haben noch die 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 sei rutsche die zur mauer also eine tiefer führt die wird nur noch neu machen und dafür brauchen wir auch noch reichlich seiten sei ja genau warum brauchen wir denn jetzt noch die mauer für noch der ding für unten jetzt brauchen noch gar nicht was brauchen wir eigentlich nicht stimmt das recht die brauchen wir gar nicht aber was wir brauchen ist dass da hinten da gehe ich nämlich auch gleich hin da ist wieso bist du vorher abgesprungen knallkühl so eine kleine traur ich wollte gucken ob du schneller bist als ich laufen kann du hast es wieder nicht verstanden weil nämlich die andere rutsche auf die kleine mauer die wir hatten oder haben da ist so gewesen man konnte ungefähr gleich schnell auch laufen sie ist schneller naja geht so geht so wir könnten aber auch ja das probiere ich mal aus trinken was los runter gefallen ja ich habe mir keinen ganz schnell die assel hauen oh ja oh ja also hauen ist gut warte mal wo bist du ja unten ja da habe ich hätte ich jetzt nicht vermutet aber oder ein zukünftiges ich liegt jetzt ist der gleiter wieder nicht raus ich kotz gleich wo wir anfangen auf geht's art ok glück gehabt kein schaden gekriegt bisher komm 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 hatte du hast gerade ein tropfen runtergekommen sehr praktisch kommt schon dann wird dann gleich kommt schon kommt schon kommt schon ja jetzt sollten wir uns nicht gegenseitig haben das vielleicht auch besser ja dann laufen nicht von meiner flinte meint doch gar nicht ja ich bin auch immer wieder weggegangen endlich hast du gerade im kopf also gedächtnis technisch was wir für eine markierung brauchen materialien ja ja genau ich habe ich gleich nach was linge und klee sprösslinge und klee ok gut dass ich vorhin den ganzen klee ausgelegt habe zwei sprösslinge ein klee und zwei pflanzenfasern zwei pflanzenfaser auch noch mann so schaut es aus der herr labert zwischendurch so viel blödsinn ja so welche ist es denn die hier ne ja ein kleeblatt nur so einfach irgendwie schneid es nicht irgendwie schneid es nicht ist ja schön dass es mir sagst quatsch was meinen hier so die axt raus machen und schon bald um also also sprösslinge ja auch zwei stück ja und zwei grasfaser ja du meinst pflanzenfaser ist auch das ist doch aber ich habe mir immer hier die ganzen treppen ok ist das könntest du auch mal ausprobieren wenn das fehlt ja bitte einfach mal draufhauen das hat bei mir doch in der letzten folge auch funktioniert wie draufhauen ach da wo er nicht drauf gehauen ja und dann war die auf einmal wieder da sichtbar ok und schlecht aber die mit der faust draufhauen ja so wie wollen wir denn das symbol ja im prinzip welches im wohnen wollen da jetzt aus ich kann dann kann ich ein guck ansehen was das ist ja nie ist klar ich würde sagen was gröner mäßig ist wenn man crisis das sind grönern ja ja aber ich sehe kein grill und nahrungsding also so eine keule könnte ich einbauen das haben wir ja für essen genau das bin ich auch ein bisschen und geschickt was außen dass mich auch was gucken hat immer ja das ist kampftechnisch doch wir ziehen in den krieg dann lieber den farbe grün grün ist so eine sache ja ich glaube das ok und jetzt haben wir den zweiten toten kopf wo ich jetzt machen wir einen anderen guck kurz mal theoretisch theoretisch könntest du die zwei ächse nehmen ja hatte ich auch überlegt ja neben die kreuz der ächse genau geht ja nur darum dass wir wissen wo es ist das heißt wenn wir uns hier hinten rum träumen damit wir das ding hier schneller finden und mehr geht es eigentlich nicht so richtig eigentlich reparieren mehr repariert ich jetzt schon da schon endlich weg ich habe redig gleich funktioniert irgendwie nicht weil ich habe richtig junge 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 so mehr aus und dann konnte ich mir aber von hier woher bin ich froh dass der leiter gerade rausgekommen ist das wäre vielleicht tot geworden und froh dass ich jetzt einen dabei habe scheiße hast du kein ja komm her ich habe noch ich komme her ja sie zu hier kann ein worum steht so da haben wir den skip frankenlein ok 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 gut hingehen bis jetzt also du bist jetzt die treppe runtergekommen richtig ja ok dann schmeißen wir mal einen raus da liegt du lust 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 lauf lauf kommt schon jetzt fällt dann auch fast rein unglaublich unglaublich ja so das wichtigste ist erledigt prima und wo ist eigentlich die andere da da ist noch die andere seilrutsche und gucke habe ich noch genug da habe dann könnte man nämlich auch von dort aus dahin mal gucken ob das geht aber ich sollte nicht schon mal hier vorne bin dann kann ich auch die spinnen hier machen ok jetzt war hier eine volles essen aber ich sage ja ok ach du trafst dich dahinten schon wiederum gut hier haben wir auch spinnen können doch gar hier spinnen sollte holen ja klar definitiv na da können es wieder schreien an so kommt weiter weiter ist vielleicht ein bisschen komisch aber könnte ich ein bisschen weißes von ihnen haben ich muss noch mehr anhand des gras ist das wird nichts da bleiben wir dran hängen das macht keinen sinn alles klar ok super dann hat das ja soweit erstmal geklappt dann würde ich sagen alles klar also bis demnächst tschau 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 oh